Doppelte Sicherheit. Damit Wertsachen und Dokumente nicht nur vor Einbrechern geschützt sind, sondern auch, falls es mal brennt. Der Dualsafe von Burgwächter ist für beides zertifiziert. Hoher Einbruchschutz durch doppelwandigen Korpus und besonders starke Rundbolzen. Ein massiver Schieberiegel sichert oben die Tresortür zusätzlich. Selbst wenn ein Feuer erst nach einer halben Stunde gelöscht ist, sind Papiere nicht in Gefahr. Das garantiert der zertifizierte Feuerschutz. In jedem Dualsafe gibt es einen Fachboden, der sich einfach verstellen lässt. Viel Platz für Aktenordner und alle anderen Wertsachen. Wie viel Platz soll Ihr Tresor bieten? Sie haben die Wahl zwischen drei Größen. Auswahl auch beim Schließsystem. Gepanzertes VDS-geprüftes Sicherheitsschloss mit Doppelbatschlüssel. Oder die neue zertifizierte Tresorelektronik mit Grafikdisplay und beleuchtetem Touch-Bedienfeld. Tür auf per PIN-Code und Fingerprint. Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und Software-Updates erhöhen Ihre Sicherheit zusätzlich. Sicherheitsstufe S2 bedeutet, Wertsachen sind je nach Police mit bis zu 20.000 Euro versichert. Im Dualsafe von Burg Wächter